Was mache ich denn ohne meinen Raff? Erst bis Mittwoch bin ich ja da. Was mache ich denn nächste Woche ohne meinen Raff? Das ist ja nur die zweite Wochenhälfte. Dann musst du halt mit Felschmuten. Und ich denke an dich. Oh, wie schön. Wir machen einen Johnny-Pub-Aufsteller, den stellen wir ans Lagerfeuer. Boah, wie cool. Immer ums Lagerfeuer. Nicht ins Lagerfeuer. Oh, zu schön. Ob das so eine gute Idee ist? Ich glaube, ich probiere mal hier so. So, wieder von der oben runter jumpen, um es zu beweisen. Von dieser Tür aufpassen. So grundsätzlich. Wer schickt, wenn du da kurz hältst, dann drohne ich dir den. Achso. Ja, klar. Ah ja, im T-Gang am Kreuz ist quasi der einer. Der wird vielleicht vielleicht die Tür aufballern. Wir haben den Kite. Du sagst, wenn ich der pusht, Agnes. Achso, ja. Ich bin quasi jetzt reingepusht. Ich würde halt in diese Richtung, ist er quasi. What? Ah, f**k. Courtyard. Courtyard Warden. Games. Kommt die Alibi? Alibi kommt Games. Von Side. Hinter Tür. Rechts von der Tür. Hinten im T-Gang ist einer. Ja. Und Courtyard kommt der Warden. Geht in Doms. Warden in Doms. Oh, fuhr. Sehr gut, danke. Alibi liegt. Entschuldigung. Mosse ist hinten bei Ultor. Kommt das Games raus? Kommt das Games raus? Kommt das Games raus? Eins bei uns draußen. Alibi ist dead. Ja. Hinten in Ultor war der Warden noch. Okay. Mosse ist auf pink. Laufende Darts! Ich pushe den Mosse. Inja. Der andere hält mich draußen. Ich kann Side pushen. Der andere Storms. Geh über Games. Oder? Wo ist der Raph? Noch draußen beim Haman. Ich bin in B. Ich komm. Geht planten, geht planten. Ich bin hier Agnes. Ich bin in B. Ähm, ich glaub Südwesten. Ich halte die Gamester. Ich hab ne Cam wenn er, wenn er, ähm, Briefing reinkommt vor Courtyard. Südwesten? Er ist schon, er ist schon drin. Rapp, rotieren einmal außenrum. Oh, on me, shit. Smoke, ähm, doch, smoke mit Shotgun. Defused. Defused. Defused, defused, defused. Sorry. What? Fünf Sekunden casual. Ah. Ich schau was. Okay, bei den Museumsdias muss einer sein und der Echo, Echo ist in einem Low-Clan Lobby-Cubbie. Ah ja. Okay, aber wir müssen den Echo holen. Schussloch. Okay. Okay, sie haben nen Schuh toll von, okay, dann guck ich mal, ob ich das, sorry. Ich komm nicht mehr rum. Das war der Warden. Ich wollt den von der anderen Seite quasi holen. Ja, komm hin. Warden set. Der Mosi war halt, äh, hier auch irgendwo. Longangle zur Seite. In der Mamm ist jemand. Lesion. Ja, Lesion ist Showers. Also der, der wechselt quasi ein bisschen her und her. Ähm. Ich bin gespottet, bin aber unside. Also, oh, fuck. Der, der Lesion war da unten. Nix. Ich bin auch unside, ich zieh raus, bin gespottet. Äh, ich blente. Alter, random. Äh, Connector, Connector. 10 OP, 10 OP. Sitting. Gut. Wer bombardiert denn das oder alles, ja? Weiß ich nicht. Braucht jemand noch mehr Bomben? It's for me! Malario! Malario. Ja, ja. Kriegt immer so viel, was ich über muss, Medikamente, nehmach. Äh, Laundry? Ne, das war ein Kranweil. Wenn du dich hier hinlegst, kannst du da durch diese kleinen Schusslöcher, äh, Dings halten, wenn du willst. Hm. Na. Ja. Er verschließt sich viel zu öffnen. Das war ein Ace, glaub ich. Das ist noch was. Oben, bei Courtyard, hab ich. Ich bin gleich wieder bei Graf, ich, äh, mach hier nur... Die im Weg rumstehen und Lesion meins werfen. Nice math, schreibt er. U-A-X-Hum-9-K. Oh, Lobby. Oh, Lobby. Jetzt muss, ist es auf den Tower-Stairs, also auf den Main-Lobby-Stairs. Welche Himmels-Richtung ist das? Geht zum Museum Westen, ganz am Westen. Geht in Museum, sagst du? Oben am Westen, ja. Geht Richtung Pferd. Die Ging ist auf mich, bei Dining. Ich seh's, ist er nicht mehr. Ich bin wieder zurückgelangen auf den Main-Lobby-Stairs und Diffuser down. Jetzt sind pusht. Hier ist der Diffuser. Main-Lobby-Stairs, oder was? Ja, ja, Main-Lobby-Stairs. Immer noch? Immer noch, immer noch, immer noch. Die Drohne um noch. Oben, oder? Geht, geht nach unten, geht nach unten. Hast nach unten gegangen. Ist ein Twitch. Das war ein Slicer-Schuss. Die haben auf den... Geht seit zum A-Smog, gell. Wo sind die eigentlich? Was? Wo ist was? Die Frostplätze noch kommen. Die Matten des Frostes. Sitting heißt das, glaub ich. Okay. Ist für mein Twitch, für mein Adios. Ich weiß nicht, die Twitch, die ich gekillt habe, kann ich grad sagen. Ja, dafür habe ich einen Ace und einen Leck. Seid ihr, warum ihr auch noch ein A? Und ich hab zwei Leute ausgegießtet, gell? Das macht zum ersten Mal auch. Ja, ich hab mich jetzt gerade vor deinem Schatten mega erschreckt. Wo sind die denn? Ja, aber halt. Ich hab dich. Wo sind die denn? Wenn ich's wüsste, würde ich's denen erzählen. Der Alex schießt den Schauhaus rum. Über uns, glaub ich, im Museum. Die Gegend. Dann rotier ich jetzt blöd rum, weil ich in dem App eh so schlecht, dass es... Hammer am Window. Ich bin überrascht. Das war die Twitch. Die war in der Drohne. Da liegt da der Alex der Music Window. Immer noch? Nee, ich hab nur angehört, dass das gehittet hat einmal. Also, keine Ahnung. Jetzt werden sie alle greedy. Da ist sie... Ping hinten Richtung Laundry. Nee, das war mein... War deiner, okay. Main Lobby. Äh, bei dem Pferd. Thermite, low. Ja, ist dann der Sieber. Sau. Gut. Ein Sack HD ist in Ordnung für mich. Brr-b-m. Kiki. Agnes. Jawoll. Das Honey Boy. MVP.